Ja Leute, herzlich willkommen, Baujahr 78 Television. Ihr seht hier eine Wand, die ist grau. Ja, das wird mein neues YouTube-Arbeitszimmer. Ich will natürlich für euch meine Leistung verbessern. Ich will mehr machen, mehr Videos und so weiter und so fort. Und ich war bis dato immer bei mir zu Hause im Wohnzimmer untergebracht. Ich blende euch mal ein kurzes Video ein, wo ich bis dato meine Videos gemacht habe. Ja, so hat es bei mir ausgeschaut. Alles im Wohnzimmer und irgendwann ist mir meine Frau aufs Dach gestiegen. Ich habe mittlerweile so einen riesen Haufen an Audio, Video, Zubehör und Sachen angehäuft, dass es einfach im Wohnzimmer zu eng wird und irgendwie soll auch ein Wohnzimmer bleiben. Ja, und deswegen baue ich mir jetzt hier meinen Wintergarten aus zu einem YouTube-Studio. Das ist noch nicht fertig, das Ganze. Das ist jetzt einfach mal ein Infovideo in eigener Sache für euch, dass ihr wisst, was ich so treibe. Weil es momentan ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal ist. Ich habe jetzt hier heute schon mal die Wände gestrichen. Hier seht ihr dann so gedämmte Außenvorhänge. Das ist alles Glasfront. Da haben wir dann einen Blick raus auf den Garten. Ich will also, das ist alles Lichtdurchflute, wie ihr hier seht. Das sind alles Fenstern. Also ich will das Lichtdurchflutet haben, weil ich mag das nicht, Dunkelheit und so weiter. Immer in der Finstern zum Sitzen, das ist nichts für mich. Ja, hier oben setze ich dann eine schöne Lackspandecke. Da reflektiert alles. Also es ist jetzt noch alles komplett leer hier. Bei mir wird aber demnächst sich ändern. Hier kommt ein riesengroßer Schreibtisch her mit 2,30 Meter auf 1,80 Meter, wo dann hier meine ganzen Monitore, Laptop steht, Mikrofon. Da hinten steht dann der Tower drauf. Da oben kommt nächste Woche eine Klimaanlage hin, den Wintergarten. Also da hat es bestimmt 40, 50 Grad im Sommer hier drin. Ja, 50 Grad sind ein bisschen übertrieben. Aber es ist wirklich sehr warm hier drin. Man kann so nicht arbeiten. Deswegen lasse ich mir eine Klimaanlage einbauen, ein Spritgerät. Kommt dann quasi die Inneninheit hier hin und draußen dann das Klimaaußengerät. Kommt dann ein Klimatechniker, schließt das an. Weil das ist ja in Deutschland verboten, das selbst anzuschließen. Ja, hier geht es dann bei mir rein ins Wohnzimmer. Ja, da ist eine Heizung. Das ist auch ganz wichtig. Denn im Winter kann es natürlich auch sehr, sehr kalt werden hier drin. Ja, wie gesagt, befindet sich alles im Aufbau. Die Büromöbel sind im Zulauf. Und wenn ich dann irgendwann nochmal selbst vor die Kamera treten sollte, ich will ja auch Livestreams machen für euch im Winter, wo ihr dann quasi eure Fragen über das Camping und über die Bootsfahrerei, über den Bootskauf, über Bootstechnik, Wohnmobiltechnik und so weiter und so fort, mir selber stellen könnt. Dann muss das natürlich ein schönes Studio sein, wo ich alleine arbeiten kann, wo ich meine Tür zumachen kann, wo ich nicht die ganze Zeit durch den Nachwuchs oder die Frau gestört werde. Ja, und das wird dann hier werden. Wie gesagt, ich habe das erst einmal schon alles ausgeweist. Das hat davor so ein komisches Gelb gehabt. Habe mir noch nie so richtig gefallen. Irgendwann habe ich meiner Frau dann zu überreden können, dass dieser Wintergarten jetzt endgültig mir alleine gehört. Für meine ganze Foto-, Video- und Filmsache und auch YouTube. Ja, und wie gesagt, so ist jetzt der Stand der Dinge. Ist noch alles Rohbau. Ja, wird noch dauern. Zwei bis drei Wochen. Also fertig hier. Dann wird der Schreibtisch geliefert, die Rollcontainer. Ich werde da ziemlich viel von Ikea reintun. Ich finde, das Ikea ist zwar, sagt man immer, so ein billiger Markt, aber ich finde, die haben wirklich super Sachen, gerade was die Leuchten und Teppiche angeht, für solchen Zweck ideal. Also, muss ich aber erst noch fahren, dann muss ich mir da ein bisschen schauen, was ich da reinmache. Ja, das war nur ein ganz, ganz kurzes Infovideo, damit ihr wisst, was ich gerade aktuell so treibe. Da wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren und kommentieren, wenn ihr irgendwelche Fragen habt um das Video. Ciao und bleibt vor allen Dingen alle gesund.